Schönen guten Tag zu diesem wunderschönen, wahrscheinlich letzten Part von Ghost Recon White Lands. Und hier fliegen dauernd irgendwelche Helis rum, die auf den Sack gehen. Ja, wir wollen jetzt uns mit El Suenyo anlegen. Und der soll hier unten irgendwo sein. Da unten. Ist ein bisschen weit da unten. Wir reisen mal hier schnell hin. Ja, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ich habe drei Parts jetzt hintereinander aufgenommen. Und dann müsste Mittwoch, müsste Morgen, Donnerstag, Freitag müsste dann dieser Part kommen. Also sprich zum Karfreitag müsste dieser Part erscheinen. Und ich merke gerade, ich habe voll Muskelkater im Arm, weil wir letztens Football gespielt haben. Beziehungsweise hat jemand einen Football mit und ich konnte noch keinen Football werfen. Und da habe ich den ganzen Tag probiert, diesen Ball richtig zu werfen. Und ich habe es zum Ende auch hinbekommen. Ganz gut. Und ja, der Nachteil ist jetzt, dass das Motorrad kein Geräusch hat und ich Muskelkater in der Armbeuge habe. Da hoch sein, wir cruisen, Alter. Das ist jetzt aber nur der Mann. Da oben ist nicht Svenja, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Also der Typ, der den hier seht. Ja, man kann auch gegen den Kaktus fahren. Warum auch nicht? Weh. Mal gucken, wie lange der Spaß hier denn geht. So, Treffpunkt A. Mehr als unauffällig sind wir hierher gekommen. Oh. Der ist wohin? Ach, Amaru. Oh, shit. Hier ist eine Leiche. Es ist der Rebellenführer Amaru. Wir haben den Kerl vom Kartell befreit. Ich versuch's bei Pak, komm aber nicht durch. Glaubst du, Pak und seine Rebellen haben das Handtuch geworfen und er musste fliehen? Sieht nicht so aus, als wäre Hegros gekämpft worden. Ich frag mal Bowman, vielleicht weiß sie mehr. Bowman, wir haben ein Problem. Wir wollten uns mit Pak und einem seiner Jungs treffen. Mit Pak? Wo sind sie? Hören Sie zu, Pak war nicht da, dafür Amaru. Tot. Haben Sie von Pak Katari gehört? Pak Katari ist hier bei mir in Pukara. Bowman. Bowman. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung, aber wir müssen zu Bowman, schnell. Ich hätte nie gedacht, ich sage das mal über jemanden von der CIA. Aber wenn hier was passiert ist, verkle ich das ganze verdammte Land ab. Da mach ich mit, Mann. Bowman sagte, Pak sei bei ihr. Dann war sie plötzlich weg. Vielleicht ein Problem mit dem Telefon. Vielleicht spielt Pak falsch. Weaver, kannst du Bowmans letzten Standort ermitteln? Mach ich. 3, 2, 1, da runter. Mensch, warum muss das jetzt auch noch dunkel sein? Wir haben da Drecksmiss. Fehlt mir nämlich nichts anderes mehr, außer sich jetzt hier noch auf der Fresse zu legen und zu sterben. Ach, Mann. Warum liegen hier so viele Steine rum? So, sehe ich vielleicht besser. Ich bin hier gegen so einen Stein-Cruise, oder nicht? Ja, wie ich ja schon mal in den Vorparts gesagt habe, kenne ich das Ende, beziehungsweise die Enden bereits schon, weil ich den ja für meinen Test wissen musste, um jetzt beurteilen zu können, ob das Ende jetzt scheiße ist oder nicht. Und ob die Story jetzt mehr bürgt, als ich gedacht habe. Aber ich werde mal noch nicht zu viel verraten. Zu gegebener Zeit werde ich mich zurückmelden. So. Wir sind hier. Was geht ab? Wir sind hier. Nomad? Sie wissen, was das heißt, oder? Ab jetzt sind Pakatari und die Rebellen unserer Feinde. Verarscht haben sie uns. Tja. Jetzt haben wir auch keine Rebellen mehr auf der Seite. Und jetzt zählt die Zeit gegen uns. Wir sind in Pukada. Kennen Sie diesen nervigen DJ Perico im Santa Blanca Radio? Die ISA hat den Standort seiner Hauptsendestation auf Pukada. Moment. Kontakt! Feindliche Rebellen. Warte mal, fällt mir gerade ein. Können wir nicht noch? Wir haben noch hier noch ein paar, äh... Trupp. Ne, hier. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr... Nach der Wiederbelebung. Ne, Ausdauer. Autoschild können wir leider nicht für... Hat das ein bestimmter Stern? Ja, machen wir noch Schusswiderstand. Ich denke mal, den können wir jetzt ganz gut gebrauchen. Wenn es gleich knallen sollte. Aufklärung brauchen wir nicht. Waffe. Vermisst du das schon? Ja, machen wir die noch hier. So. Ja, hier, komm. Das brauchen wir nicht. Panzerung. Drohne brauchen wir auch nicht. Granatwerfer. Ja, komm. Letzter Punkt. Schnupsdiwups. Reicht uns. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Jetzt fliegen die Fetzen, sag ich euch. Ja, da wollte ich hinfahren. Junge, 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 Junge. Hier ist ein Schabbat, jetzt auch ein bisschen. Hola, Kamerada. Pac, was zum Teufel hast du vor? Das gleiche wie du. Das richtige für mein Land zu tun. Eswenio wird in Bolivien sterben. Mein Volk muss erfahren. Meine Regierung muss erfahren. Und die anderen Kartelle müssen erfahren, dass die Rebellen nicht die Sklaven der Amerikaner sind. Auch allein sind wir stark. Musste Amaru deshalb sterben, weil er nicht stark genug war? Amaru war von Idealen getrieben. Guten Idealen. Aber Ideale machen sich satt. Stellen keine Armee auf. Ideale stürzen keine korrupte Regierung. Tote Rebellen tun das aber auch nicht. Mein Volk weiß, wenn es heute stirbt, des Morgens zu Tausenden zurück. Dadurch wird es nicht weniger schmerzhaft. Wenn ich mit etwas zu leben gelernt habe, dann mit Schmerz. Eine Lektion, die ich El Suenio bald erteilen werde. Wenn ihr nicht auch so enden wollt, solltet ihr Bolivien jetzt verlassen. Nö. Danke für eure Hilfe. Adios, Kamerada. Fuck. Hab ich nicht feuert. Ach, das ist nicht schön, mit dem Auto hier durch die Stadt zu manipulieren. Mich wundert, dass das Auto nicht schon längst in die Lüfte flogen ist. Hi, ich bin's. Entschuldigung. Oder auch Zeit. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Die ISA hat den Stand auf seiner Hauptsendestation auf Bokala eingegrenzt. Einmal sollte Perico ganz in der Nähe sein. Was wollen wir von ihm? Überzeugen Sie Ideeperico in ihrem unwiderstehlichen Scham davon eine Rede von Sakatari zu setzen. Das wird sowohl den Rebellen zulauf bringen, als auch das Kartell ziemlich dämlich dastehen lassen. Überzeugen, umdrehen und beeinflussen. Hinweise auf Perico's Aufenthaltsort. Wir suchen noch, aber wir wissen nicht mal, wie er aussieht. Finden Sie ihn und benutzen Sie ihn. Ich melde mich, falls wir den Radiosender lokalisieren können. Was Radiosender? Netzt mal kurz das Auto. Nehmen das hier. Wobei, da ist sogar ein Panzer. Ach nö, der ist mit so ungelenkig, der Panzer. Oh. Falsche fahren. Das habe ich aber nicht ganz verstanden. Wir sollen den Radiosender und den umstimmen. Also meines Wissens brauchen wir nur zu dem Mausoleum fahren und da Esweño treffen. Ui, 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 ui. Kann nicht sein, dass es Nacht ist und deswegen die meisten Leute mich gar nicht fokussieren. Als ich mir die Mission im Internet angeguckt habe, da ging es hier nur ab. Also der war hier nur am Ballern und Fahrzeuge wechseln. Vielleicht liegt es doch einfach daran, dass wir alle umfahren, bevor sie uns merken. Und hier müssen wir, glaube ich, aussteigen. Bisschen Anlauf holen, ne, Jeter. Niemand hält mich auf. Ich lasse mich da so eine Sperre hier nicht aufhalten. Scheiße. Naja, okay. Dann wohl doch. Die letzten Meter zu Fuß. Wir haben ja noch fünf Minuten. Die können wir uns ja schon fast unbemerkt da hinschleichen. Oh, run. Die sind eigentlich die Freunde, wenn man sie mal braucht. Ja, dann schnell weiter, würde ich sagen. Den Rest können wir ja laufen. Ich glaube, viel mehr kommt hier oben nicht. Tschüu. Wo sind meine Leute? Ich sehe keinen. Zumindest gerade nicht. Die Ausdauer, sie lässt nach. Da oben war er. Wo ist der andere Fatzke? Der muss doch hier gleich stehen. Nein. Diese Panzerten-Typi, sie sind schon echt fies. Wenn man da nicht in Deko kommt und gerade nachlädt. Naja, aber zum Glück können wir uns ja zweimal wiederbeleben. Verdammt, das war knapp. So. Können wir gleich weitermachen. In der Nacht sieht man ja auch so schlecht. Mann, schießt ihr auch mal mit? Kann man wohl nicht angehen. Ich will nicht sterben. So, war's das jetzt mal langsam. Da oben sollen auch noch welche stehen. Seht euch das an. Ich hab schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zum Frühstück verspeisen und würde nicht mal merken, wenn es sie ausscheißt. Sollen wir glauben, dass Renio ein Gott ist? Da ist die Figur vom Anfang. Die sieht aber nicht so toll aus wie die. Nimm die Hände hoch, Arschloch. Los! Da ist er. Das würde ich. Nur habe ich zur Zeit schon etwas in den Händen. Wo ist der? Ich will den großen Bösen retten. Weg damit! Natürlich. Adios, Signor Katari. Mh, lecker. Sie haben fünf Sekunden, auf die Knie zu gehen und die Arme zu verschränken, bevor ich ihm den Kopf wegschieße. Sollten Sie nicht an Ihr Telefon gehen, Officer Bowman. Hallo? Sir? Ja? Ja? Ja, das verstehe ich nicht. Sir? Sir, das ist nicht möglich. Ich sage Ihnen, das ist auf keinen... Bitte. Ich bitte Sie darum, dass... Sir? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Fuck, fuck, fuck! Bowman? Fick dich! Fuck! Bowman, was ist? Bowman! Er hat die Monität! Er hat... Er hat einen Deal und er... Einen Deal mit wem? Mit dem Justizministerium! Moment. Moment, heißt das etwa... Er liefert uns die Bosse von vier anderen Kartellen und drei Terrorgruppen, die mit Heroin dealen. Seine Konkurrenten. Wie zum Teufel ist das möglich? Wie ich euch sagte... Hast du Macht, hast du auch alles andere. Nun, wenn es recht ist... Signora Bowman... Sieht aus, als wären Sie gestern mein Feind gewesen. Und heute sind Sie... ...nur noch mein Chauffeur. Los, bringen Sie mich zu Ihren Vorgesetzten. Tut mir leid. Bowman, nein! 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 Tja... Soviel zum Thema Immunität. Gegen Kugeln war er nicht immun. Der Traum ist tot. Wenn Sie dies sehen, heißt das... Ich habe El Suenio exekutiert. Ich bin sicher, die Leute denken, ich sei durchgedreht. Ich hätte impulsiv gehandelt. Scheiß auf sie. Sie liegen falsch. Ich wusste ganz genau, was ich tue. Dieses Stück Scheiße, dieses Monster hat meinen Freund gefoltert. Getötet. Meinen Partner enthauptet. Tausende massakriert. Und der soll frei rumlaufen. Tut mir leid, aber nicht mit mir. Mit seinem Wissen über Ricky Sandoval wäre er unaufhaltsam gewesen. Quizfrage. Was passiert, wenn man einem Drogenboss Immunität gewährt? Bingo! Er wird zum Diktator. Einen Drogenboss auszuschalten ist eine Sache. Aber ein Diktator? Dafür braucht man etwas mehr als vier Leute. Mein Leben. Meine Karriere. Meine Zukunft ist nicht mehr wert als die Bevölkerung Südamerikas. Offensichtlich sieht das nicht jeder so. Weshalb ich jetzt wohl in einem Bundesgefängnis sitze. Und wegen Mordes möglicherweise lebenslänglich gesiebte Luft atme. Mittlerweile hat sich die CIA dazu vermutlich wie folgt geäußert. Die für den Fall zuständige Beamtin steht nicht mehr in Diensten dieser Agentur. Und hat gegen den Befehl ihrer Vorgesetzten gehandelt. Ihr Vorgehen hat den Nachrichtendiensten hier und im Ausland großen Schaden zugefügt. Und wissen Sie was? Sie haben recht. Ich hätte dasselbe getan. Spann drüber. Ich hoffe nur, Sie bleiben in Bolivien. Ohne Pakatari werden sich die Rebellen gegenseitig zerfleischen. Die Unidad macht einen Deal mit der nächstbesten Verbrecherorganisation. Und die Reste Santa Blancas spalten sich zu neuen Mini-Kartellen auf. Mit Scheißnamen wie Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia und Los Hijos de Tveño. Alle bringen sich weiter gegenseitig für Koka um. Wenn Gott gewusst hätte, wie zerstörerisch diese Pflanze sein würde, hätte sie sie trotzdem erschaffen? Oder hat sie es genau deswegen getan? Keine Ahnung. Aber ich muss diese Frage auch nicht mehr beantworten. Ich beende also mit den letzten Worten von Augustus, dem Gründer und ersten Kaiser des Römischen Reichs. Habe ich meine Rolle gut gespielt? Nun, so klatscht Beifall. Bowman Ende. Ich klatsche Beifall. Bowman. Sehr auforferungsvoll. Ja, jetzt kommt der Abspann. Ich finde das Ende, also das Ende jetzt hier, ich weiß nicht, es ist einfach unbefrieden, finde ich. Und das habe ich auch in dem MMO-Gartest gesagt. Weil im Endeffekt war ja das Ganze, alles was wir jetzt gemacht haben in Bolivien, eigentlich für die Katz. Weil Bowman sagt ja, ja, Svenio ist jetzt tot und ich bin im Knast, aber es geht ja auch ohne Svenio weiter. Dann kommt neuer Boss, neue Kartelle, Unidad macht den nächsten Deal mit den nächsten besseren Leuten da und es geht alles so weiter wie vorher. Also es wird sich halt nichts daran ändern. So und wir hatten ja jetzt die Option, noch weiter zu spielen, beziehungsweise kommt das am Ende der Credits auch nochmal. Mal, dass wir halt weiterspielen können und nochmal das andere Ende quasi zu sehen. Und bei dem anderen Ende passiert folgendes, der Anfang ist genau das gleiche, wir fahren da hin und stellen Svenio zur Rede, der hat Pakatari umgebracht, kriegt Immunität. Mit dem einzigen Unterschied, dass Bowman ihn am Ende nicht tötet, sondern er wirklich Immunität bekommt, Bowman dadurch natürlich nicht im Knast landet. Der Nachteil aber, Svenio kriegt halt Immunität, verrät halt alle möglichen Leute und die werden halt da entweder umgebracht, beziehungsweise inhaftiert und hat dann irgendwie so eine kleine Zelle in Florida oder so und führt da halt ein halbwegs vernünftiges Leben. Und Bowman meint dann so am Ende, ja was passiert mit Svenio, wenn der irgendwann keine Informationen liefern kann, dann wird er halt durch die CIA, weiß ich nicht, erledigt, umgebracht oder keine Ahnung, er wird halt dann weggemacht, sodass er halt keinen Schaden mehr anrichten kann, weil er hat ja irgendwann keine Immunität mehr und was wird es denn mit ihm denn? Danach kann es ihn ja nicht laufen lassen. Und dann haben sie wieder gesagt, ja, wenn Svenio weg ist, kommt halt der nächste Typ hier an. Im Endeffekt genau das gleiche wie jetzt auch, es wird halt irgendein anderer machen. Irgendein anderer wird dann halt kommen und dasselbe Ding weitermachen. Also man stellt uns gar nicht irgendwie in Aussicht, irgendwie was verbessert zu haben, sondern man probiert so diesen Eindruck zu verschaffen, Drogen, Bolivien, alles ist scheiße, irgendjemand muss die scheiße machen und irgendjemand muss draufgehen dafür. Im Endeffekt kannst du nur bestimmen, wer dafür draufgeht. Aber irgendjemand schadest du damit immer. Ja, das ist so irgendwie die Quintessenz und irgendwie für manche vielleicht eher unbefriedigend das Ende. Auch das andere, wenn Bormann nicht in den Knast kommt, da finde ich vielleicht sogar schon befriedigender, dass Svenio tot ist. Auch wenn es für Bormann denn scheiße ist, im Knast zu sein, aber so ein bisschen die Nuketuung für das, was uns persönlich eigentlich widerfahren ist. Die Musik wird auf jeden Fall ziemlich laut gerade. Was uns persönlich halt widerfahren ist. Ja, ansonsten fand ich eigentlich so das Spiel recht unterhaltsam. Klar gibt es storytechnisch bessere Spiele. Also das war jetzt nichts, wo ich mir gesagt habe, ich muss weiterspielen, weil ich muss unbedingt wissen. Im Endeffekt lief es ja eigentlich immer fast aufs Gleiche hinaus. Irgendwohin gehen, irgendjemanden fragen, irgendjemanden ausschalten, irgendjemanden fragen, irgendwas kaputt machen, irgendjemanden fragen. Ja, und dann wird das Spiel natürlich damit gestreckt, dass man hier was sammelt, da was sammelt, da nochmal, bevor die Story-Mission kommt, nochmal eine Info sammeln muss und da noch ein paar Gegner sind. Ja, somit ist das Spiel dann halt umfangreicher. Ansonsten würde ich echt mal gespannt sein, was mit den DLCs wird, die dann später rauskommen, wie sich die auswirken und ob es da wirklich noch bis dahin große Spielerschaften gibt von dem Spiel. Ich weiß nicht, ob da noch vielleicht ein paar Leute sagen, sie kaufen nicht das Spiel noch gar nicht und warten, bis eine Version rauskommt, wo alles mit drin ist und spielen erst dann das Spiel. Hm, da bin ich mir noch unschlüssig. Aber wer weiß, also da kommt ja ein PvP. Vielleicht ist ja ganz lustig, kann ich nicht einschätzen. Vielleicht entwickelt sich daraus ja auch eine richtige Community, eine krasse und neues PvP und ESL-Liga oder keine Ahnung. Kann man noch nicht beurteilen. Ich glaube es zwar eher nicht, aber man sagt ja niemals nie. Und ansonsten hat es mir viel Spaß gemacht und ja, hat mich gefreut für die Leute, die wacker durchgehalten haben bis zum Ende. Und mal gucken, ich habe schon eine Idee, was ich jetzt nächstes spiele. Es könnte vielleicht sogar ein Spiel werden, was ich mit Annika spiele. Überlege ich mir noch, ob ich das alleine spiele oder mit Annika. Aber da wird auf jeden Fall bald wieder was kommen. Nö, also ansonsten, falls ihr Vorschläge habt, was ihr vielleicht mal gerne sehen wollen würdet, was ich mit jemandem zusammenspiele oder alleine oder... Dann lasst mich gerne wissen. Und ja, ich begrüße euch dann zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.